Trading Setups, die du nicht verpassen solltest, das schauen wir uns hier in diesem Video an und damit sehr großen Herzen Willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum ansieht, die ich dir erlebt werden Theorie an, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan und wo können wir hier, wie gerade angesprochen, auch wieder mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe trade-technisch aktiv werden. Das heißt, all das hier in diesem Video, das heißt, wieder mal Folgepartner Mehrwert und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins auf vorneweg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren beziehungsweise auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTube-Alger zu supporten. Würde uns auf jeden Fall auch mega freuen und unterstützen. Gut, dann gehen wir direkt rein, Krypto-Markt-Capitation hier bei den 1,04 Billionen US-Dollar, dementsprechend hier mit einem leichten Plus hier von 1,4% im Vergleich zu den letzten 24 Stunden. Wir sehen es, Bitcoin hier 26.270 US-Dollar, 1,7% die letzten 24 Stunden draufgepackt und Ethereum macht es ja sogar etwas besser, 1.620 US-Dollar mit 1,9% an Preiszuwachs. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rein in die Chart-Analyse, fangen hier wie gewohnt auf dem Daily-Time-Rame an, schauen Sie an, wie die gestrige Daily-Kennläge geschlossen hat und die war per se unaufseilkräftig. Wir haben hier nicht über Wix drüber geschaut, auch nicht nach unten raus, sondern wir haben einfach wieder in diese Range hier quasi geschlossen. Das heißt, nichts Spektakuläres, das heißt, weiterhin unverändert die wichtigsten Levels auf dem Daily-Time-Frame. Einmal hier die 26.559 US-Dollar, dann hier, nicht ganz uninteressant, 27.000 US-Dollar glatt, das heißt, diese Ineffizienz hier sehen wir jetzt gleich auf den kleineren Zeiteinheiten, in welchem Szenario die relevant werden kann. Aber dann das nächste wichtige Level hier, wie gesagt, 28.167 US-Dollar. Sollten wir die rausnehmen, dann sieht es danach aus, dass wir auch hier Richtung 29.000 US-Dollar dann durchmarschieren werden. Nach unten hin weiter, wichtigstes Level 24.900 US-Dollar und dann hier die 24.270 US-Dollar. Gut, soviel eigentlich zum Daily-Time-Rame. Gehen wir jetzt direkt auf den übergehörten Account ein. Wir gehen dem noch davon aus, dass Bitcoin seit dem All-Terminer WXYXZ-Korrektur abverkauft hat, welches ihr Mindestziel in der 16.000 US-Dollar-Region hatte und wir auch demnach hier unsere ersten Tranchen hinterlegt haben und wir jetzt quasi seit diesem Zeitpunkt hier unseren ersten Aufwärtsimpuls zählen. Das hier ist jetzt unser Alternativ-Count. Das heißt, dass wir sagen, okay, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Dann würden wir, wenn wir auf dem 4-Stunden-Time-Rame runtergehen, hier jetzt eine Welle A nach unten erwarten, eine Welle B nach oben, um eine Welle C hier nochmal abzuverkaufen, Richtung 21.700 Dollar, Richtung 18.900 Dollar. Das ist dann so der Bereich, den wir da jetzt erstmal anpeilen. Wie gesagt, das hier unser Alternativ-Szenario, welches wir eher anpeilen, welches ein bisschen relevanter ist, wenn wir sagen, okay, wir bekommen hier unseren Impuls nach unten, denn im anderen Szenario wäre es hier eine A nach unten, die ist fünfteilig, hier wäre es eine C nach unten, die ist fünfteilig. Das heißt, sollten wir nur den Fünfteiler sehen und im Anschluss eine impulsive Reaktion, dann wäre das selbstverständlich unser primärer Account, aber auch das ist sogar nicht unser primärer Szenario. Das heißt, in diesem Fall würden wir noch ein Tief hier in dieser Region zwischen 23.8 und den 21.8 quasi erwarten. Aber wie gesagt, auch das ist nicht unser primärer Szenario. Jetzt kommen wir zu unserem primären Szenario und das ist übergeordnet weiterhin das WXYXZ. Das heißt, wir haben weiterhin hier primär unseren Impuls hier bis zu diesem Topic gefunden, WXYXZ hier nach unten und dann peilen wir hier den Bereich zwischen 23.800 und 21.900 Dollar, auch wie in einem anderen Szenario, jedoch noch über einen leichten Umweg an. Das heißt, die Zielbereiche sind jetzt erstmal gleich, aber wir erwarten strukturell einen anderen Abverkauf. Wir erwarten hier jetzt nicht den direkten Abverkauf, sondern wir erwarten den Umweg über eine zweite Welle X und dann mit der Z abzuverkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir erwarten erst eine Erholung über dieses Hoch hier bei den 28.128 UR Dollar und dann nochmal mit einer letzten Abwärtsbewegung in diesem Zielbereich hier eben abzuverkaufen. Und ehe wir da jetzt weiter genau reingehen, noch kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch selbstverständlich in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Signale aus. Ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir traden. Das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es nicht, es heißt keine finanzielle Anlageberatung hier an dieser Stelle. Ihr seht, wir traden das Ganze hier auf Budget. Das heißt, wenn du einfach nur den Kanal supporten möchtest, dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder einfach nur beim Nachtraden keine Kurserweigerung haben möchtest, würde es sich anbieten. Wir haben einen Link unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, alles ein Kann, kein Muss. Aber auch die Signalgruppe ist selbstverständlich unten kostenfrei in der Videobeschreibung verlinkt. Genau auch wie die Talk- und News-Gruppe. Kommt von unserer Seite mal kurz Zwischenupdates rein oder einfach mal Trade-Ideen, sofern sie dem Video eben nicht entnommen werden können. Gut, genug Eigenwerbung. Jetzt gehen wir direkt weiter im Kursgeschehen. Gehen jetzt erst einmal auf die kleineren Zeitanheiten und da jetzt erst einmal auch auf den alternativen Count hier ein. Das heißt, sollten wir wirklich den Impuls hier nach unten sehen, wovon wir primär nicht ausgehen, dann würde sich dieses Szenario hier eben bewahrheiten. Was wir aber jetzt schon sehen, dieser Impuls ist hier höchstwahrscheinlich abgeschlossen. Das heißt, das ist für uns definitiv die schönere Zählweise, diesen Impuls hier als abgeschlossen zu werten. und dann würden wir sehen, okay, wir sind hier schon fast bis zum Top raufgekommen und wir hätten dann hier ein 1-2, was erstens schon mal nicht schön zu zählen wäre in der Substruktur und zweitens diese zwei sehr, sehr hohe Retraces und beides deutet darauf hin, dass es einfach nur unwahrscheinlich ist, wie wir es gestern schon angedeutet haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir in diesem Szenario ja eben sind oder beziehungsweise dass es immer unwahrscheinlicher wird. Was jedoch trotzdem sehr, sehr interessant ist, sind wichtige Levels, die trotzdem respektiert werden können vom Chart und das sehen wir jetzt gleich in der Conference mit unserem primären Chart, wie das auch hier reinspielen könnte und wie dieser ganze Short-Trade hier trotzdem genommen werden kann, obwohl wir hier nicht in diesem Szenario sind, denn wir sehen hier wichtige Widerstandsmarke 26.730 und dann hier nächste wichtige Widerstandsmarke glatt die 27.000 US-Dollar. Das heißt, das einmal merken, das hier wird jetzt dann noch wichtig, wenn wir auf unseren primären Sub-Count hier eingehen. dieses ist wie gesagt hier weiter zum gestrigen Video hier unverändert, dass wir sagen, okay, WXYXZ wie gerade angesprochen. Das heißt, auch hier Y gefunden, dreiteilige A, dreiteilige überschießende B, um jetzt hier in unserer Welle C hier Richtung 28.400 bis 29.400 Dollar primär hochzukommen, kann theoretisch noch etwas weiter sich ausdehnen, aber das ist jetzt Stand jetzt erst einmal der primäre Bereich. Klar müssen wir uns noch die Substruktur anschauen, um den Bereich dann oben auch nochmal konkretisieren zu können. Ihr seht hier unten schon ein Trade und da gehen wir jetzt dann nochmal genauer drauf ein. Das heißt, hier wie im gestrigen Video schon angesprochen, viele Überlappungen, was für uns eher korrektiv stimmt. Und das bewahrheitet sich, denn wir sehen auch hier korrektives Abwärtsmovement. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass diese Welle 2 hier drin ist und dass das schon Teil der 3 ist, denn wie gesagt, auch hier wieder viele Überlappungen, was eher korrektiv spricht. Das heißt, korrektiv für uns in beide Richtungen, weshalb wir das hier nochmal neutralisieren sollten und quasi diese Korrekturformation hier eben nochmal abschließen sollten. Das heißt, wir gehen davon aus, dreiteilige A und jetzt hier quasi eine korrektive B, höchstwahrscheinlich in einer WXY-Formation oder A, B, C ist da wahrscheinlich schwierig reinzukommen, aber höchstwahrscheinlich WXY oder WXYXZ. Und das kann sich sogar noch ausdehnen bis zu den 27.050 UR. Welche Marke war vorher wichtig? 27.050 UR. Welche Marke war vorher noch wichtig? 26.730 UR. Hier die Marke 26.750 UR. Das heißt, wenn wir hier hochkommen sollten, dann gehen wir davon aus, dass es sich hier trotzdem um eine Welle B handelt, dass wir um eine überschießende B haben und dann kann man hier höchstwahrscheinlich trotzdem hier den Short-Trade eingehen, hier den Entry quasi, hier dann irgendwo den SL hinlegen und dann das Ding versuchen, hier nochmal runter Richtung eben den 25.700 UR-Dollar zu traden, welchen Bereich wir eben, ja, stand jetzt weiterhin erwarten. Jedoch muss man auch sagen, okay, dieser Move sieht hier erstmal impulsiv aus. Sollten wir jetzt hier korrektiv hochkommen, das heißt auch hier in der Substruktur wieder viele Überlappungen, sieht es danach aus, höchstwahrscheinlich erst das 1, 2 in dieser C, dann gibt es eine 3, 4 und 5 und je nachdem, ja, wie diese interne Struktur ausschaut, können wir dann sagen, okay, wird eher das 0,5 Fibonacci Level bei den 25.700 Dollar interessant oder das, ja, Golden Pocket hier bei den 25.500 bis 25.600 Dollar und je nachdem werden wir hier diesen Trade noch leicht anpassen, aber das ist schon mal die Grundidee und dann gehen wir weiter davon aus, dass wir hier Richtung 28.500 UR-Dollar dann erst einmal marschieren werden, um dann auch hier quasi den übergehörigen Fahrplan dann zu vervollständigen. Gut, der Fahrplan zu Bitcoin sollte klar sein, gehen wir kurz noch rüber zu Ethereum, auch hier kurz auf den übergehörigen Timeframe raus für die Leute, die neu auf unserem Kanal sind. Demnach besteht hier die Möglichkeit eines Doppel-One-Two, ja, dass der Boden quasi hier gefunden ist, 1, 2 in Rot, 1, 2 in Orange, aber für unseren Geschmack etwas zu Bullish und auch aufgrund der positiven Korrelation zu Bitcoin gehen wir auch hier davon aus, WXYXZ mit einer Truncation in der Welle Z um dann hier mit einer 1, 2, das heißt 1, 1, 2 hier drauf zu starten. Da sehen wir den primären Support-Bereich nochmal für diese Welle 2. 1.400 bis 1.350 Dollar stand jetzt, das heißt auch hier gehen wir davon aus, dass wir nochmal ein Tief eben machen werden. Auch hier wieder zwei Möglichkeiten in der Substruktur. Hier 1, 2, 3, 4, 5 beziehungsweise in einer A, B, C-Formation nach unten sieht unseres Erachtens auch eher, ja, unwahrscheinlich aus, wieso, weshalb, warum. Auch hier der Move von unten nach oben erstmal impulsiv, nicht korrektiv, was wir hier erwarten würden und hier sehen wir es auch hier. Das hier müsste ein 1, 2 sein. Wir können auch nochmal ganz, ganz kurz hier runtergehen. Genau das hier müsste ein 1, 2 sein. Diese Welle 2 auch schon untypisch hoch retraced, um dann hier runterzubrechen. Aber der Vollständigkeit halber sollten wir wirklich runterbrechen. Nächste Haltestelle 1.428 Dollar. Wie gesagt, aber nicht unser primäres Szenario. Primäres Szenario auch hier. W, X, Y, X, Z nach unten. Analog zu Bitkunden auch hier gehen wir davon aus, A, B, C jetzt erst einmal eine Erholung, ehe wir dann nochmal ein tieferes Tief hier unter die 1.460 Dollar erwarten. Und auch hier weiterhin unverändert. 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Gestern waren wir hier in dieser Phase, haben wir gesagt, okay, hier höchstwahrscheinlich irgendwie ein Triangle rein und dann nochmal ein Tief. Haben wir gesehen, Tief geholt. Und dann sehen wir jetzt hier erst einmal die Gegenbewegung, die auch wieder viele Überlappungen hat. Das heißt, hier gehen wir auch davon aus, dass es eher korrektiv ist, dass es sich hier noch um eine überschießende B handelt. Das heißt, dass wir hier noch einmal quasi hier runter müssen, um in dem Bereich 1.577 bis 1.563 Dollar aktuell primär eben dann einzutauchen. Wie genau der Bereich dann ist, welches Level da relevanter wird, sieht man auch hier dann an der internen Substruktur. Das heißt, auch hier würden wir jetzt erstmal einen Impuls aus diesem orangen Trendwende-Bereich hier runter nochmal erwarten, ehe wir dann die große Trendwende Richtung 1.740 US-Dollar erwarten würden. Gut, das soll es gewesen sein. Der Fahrplan zu Bitcoin und Ethereum sollte klar sein. Sowohl Short-Trade als auch Long-Trade-Möglichkeiten primär bei Bitcoin wurden aufgezeigt. Damit bedanken wir uns schon mal über jegliche Form von Support. Wir werden uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten morgen in der Früh zum Update und damit Trading und Er ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao.